Keine Rosenmänner-Firma versprochen. Deine Mutter hat Silke wie den letzten Dreck behandelt. Gönn Daniel doch diese kleine Affäre. Die Firma braucht auch eine starke Hand. Und diese Hand kann nicht die von Annabelle sein. Du übernimmst die Firmenleitung? Nein, nein. Ich informiere mich lediglich. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas gibt, um es gegen dich zu verwenden. Irgendwas gibt's immer. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas gibt.